Und das sind wir. Hallo zur zweiten Folge unseres Gerichtspodcasts, in dem wir reden über echte Kriminalfälle, über echte Urteile, über das echte Leben und über die deutsche Justiz. Der Fall. Er sei mit ihm nach Asien gereist, um dort Jungs zu missbrauchen. Insgesamt klagen die Staatsanwälte am Ende 115 Fälle an. In ihrer Anklage heißt es, der Psychologe selbst habe die Taten gefilmt. Sogar die Regieanweisungen für die Videos soll er gegeben haben. Und sie werfen ihm Anstiftungen zum Kindesmissbrauch durch. Ja, also erste Reaktion ist hier keine Frage, sondern ach du lieber Himmel. Also das hat ja mehrere Dimensionen, die das wirklich schrecklich machen. Ja, das hat mehrere Dimensionen. Ich habe es gesehen, wie du eben die ganze Zeit den Kopf geschüttelt hast. Den Kopf habe ich auch geschüttelt, als ich das gehört habe. Also alleine die Idee, dass ein Mensch, der sich Therapeuten nennt, ein Psychologe, an den sich Pädophile wenden, selber Pädophil ist, ist ja schon, das kann man sich ja kaum ausdenken. Nee, das ist, um das mal auf eine leicht erträgliche Ebene runterzubrechen, zu sagen, wenn ich jetzt alkoholkrank bin, geht zu einem Typ und sagt, helf mir dabei. Und dann sagt er, wir fliegen jetzt erstmal nach Mallorca. Ja. Also das ist ja wirklich, puh. Um es vorwegzunehmen, genau das hat der psychiatrische Sachverständige, der auch in diesem Fall geguckt hat, was ist mit diesen Menschen eigentlich los. Und vielleicht muss man noch dazu sagen, diese psychiatrischen Sachverständigen sitzen natürlich vor allen Dingen auch deshalb in den Prozessen so häufig, weil sie dem Gericht, das nicht dem folgen muss, was die Sachverständigen sagen, das aber fast immer tun. Die holen sich da ja Rat, die müssen nicht auf das hören und es geht vor allen Dingen immer um die Frage, sind die schuldfähig, sind die einsichtsfähig, also wissen die, immer zum Zeitpunkt der Tat übrigens, wissen die, was sie da getan haben. Das ist wichtig für die Schuldfrage und das ist wichtig am Ende auch für die Strafzumessung. Aber dieser psychiatrische Sachverständige, der da drin saß und von dem Angeklagten überhaupt nicht ernst genommen worden ist, als einer bezeichnet worden ist mit Mainstream-Bildung, was eine Unverschämtheit, gleichwohl aber immer als Herr Kollege angesprochen wurde, von einem sehr aktiven Angeklagten übrigens, hat man auch nicht so häufig das Angeklagte in dieser Form mitreden. Auch der hat das gesagt, der hat gesagt, das ist wie, wenn ich einen hochgradig gefährdeten Alkoholiker zum Ballermann schleppe. Guck an, hat er ähnliche Gedanken gehabt, wie ich, wie gesagt, ich habe jetzt auf die Ebene runtergebrochen, weil die für mich leichter zu ertragen ist. Die Sache ist, mir ist ein Wort aufgefallen in dem Text, den wir gerade gehört haben, da wurde nicht vom Behandeln, sondern vom Beraten gesprochen. War der Typ, war der Therapeut, also ist da ein Typ mit der Krankenkassenkarte hingegangen oder ist da ein Typ hingegangen, der irgendwie wie privaten Kosmetika bezahlt hat oder irgendwie so ein Coach? Da sind Menschen hingegangen, die wirklich Hilfe gesucht haben, also Pädophile. Aber haben die das auf der Krankenkassenebene gemacht oder haben die das, ist das quasi wie, wenn ich mir jetzt einen Mentalcoach suche? Ja. Okay, so, also das ist privat. Jedenfalls habe ich das so verstanden in diesem Prozess, soweit man das durchdringen konnte. Weil er ist ja trotzdem Psychologe, also ich, das... Ja, aber er ist kein Therapeut. Um Therapeut zu werden, brauche ich eine, ich glaube, drei Jahre dauert die, eine dreijährige Zusatzausbildung. Also wer Psychologe ist, ist nicht gleichzeitig Therapeut, sondern da brauche ich eine zusätzliche Ausbildung. Wir haben auch Kontakt aufgenommen zum Therapeutenverband, weil wir uns natürlich auch diese Frage gestellt haben, wie kann denn das sein, dass so jemand Menschen therapiert? Und das war aber offensichtlich bei diesem so, dass sich an den Pädophile gewandt haben, schrecklicherweise oder paradoxerweise, muss man sagen, mit dem Wunsch, ich will nicht mehr straffällig werden. Pädophile laufen ja per se Gefahr, straffällig zu werden. Das ist eine sexuelle Neigung, die verboten ist bei uns. Jedenfalls, die Neigung ist natürlich nicht verboten, aber das Ausleben dieser Neigung ist verboten. Und das heißt, jemand, der diese Neigung hat, der sich also für Kinder interessiert, der läuft immer Gefahr, dass dann tatsächlich etwas passiert. Und hier war ja ein konkreter Fall angeklagt und man hat auch diesen Menschen gesehen. Also, wenn es nicht so schlimm wäre, und das klingt natürlich jetzt auch wieder flapsig, das ist ein so armes Würstchen. Wenn du das machst, ist das nicht schlimm. Naja, das ist so ein armes Würstchen gewesen. Also, der sich an den Gewand hat. Ja, aber es ist eben auch ein Kinderschänder. Aber, ja, meine Frage, ist der einer? Ja. Der hat auch schon was gemacht. Also, der ist nicht präventiv dahin gegangen? Ja, der ist dafür verurteilt worden. Ach, guck an. Aber, aber, der ist präventiv hingegangen, so hat er es jedenfalls gesagt. Weil er es nicht nochmal machen wollte. Genau, es sollte nicht mehr passieren. Er wollte straffrei leben und hat sich Hilfe gesucht. Und nun war es wohl offensichtlich so, so hat er das jedenfalls vor Gericht ausgesagt, dass dieser, in Anführungsstrichen, Therapeut ihm gesagt hat, komm in Deutschland, da ist das alles, da sind die Leute so unfreundlich und gehen wir doch nach Thailand. Da ist alles viel lockerer, sind die Menschen auch viel freundlicher zu dir und da bist du hier nicht so schlecht angesehen. Also, dieser Therapeut, dieser angebliche Therapeut, dieser, ich nenne ihn mal Angeklagte, weil es passt irgendwie auch besser. Dieser Angeklagte hat uns schon diesen ganzen schwer erträglichen Prozess über, der über wirklich mehrere Tage ging. Du warst ja auch wieder dabei, oder? Ja. Du hast den gesehen. Ja, ich habe den gesehen und ich war auch viele Tage dort. Okay. Ich war viele Tage dort. Lange hat er insgesamt gedacht? Ich glaube, die haben sechs, sieben Verhandlungstage gebraucht. Sollten zunächst drei werden, sind mehr geworden, vielleicht sind es sogar acht geworden. Also, es war eigentlich deutlich mehr, was aber in der Person dieses Angeklagten auch begründet war. Das ist einer der schlimmsten Angeklagten, der hat überhaupt keine Einsichtsfähigkeit, der versteht gar nichts und ist gleichzeitig hochintelligent und ist ein absolut manipulativer Mensch. Hat er das nicht mal probiert? Weil ich würde ihm jetzt denken, rein technisch gesehen, wenn er mit seinem Verteidiger sich bespricht, dass der Verteidiger ihm sagt, hier Digga, selbst wenn du es nicht so siehst, tu wenigstens so. Nicht immer das hat er gemacht. Ich weiß nicht, was der Verteidiger ihm gesagt hat. Okay, weil... Aber das hat er nicht gemacht, nein, Gegenteil. Das ist ja krass. Der hat den Gerichtssaal und die Anklagebank mit dem Lehrstuhl verwechselt und hat doziert. Der hat in einer, das ist ein so impertinenter, überheblicher Mensch gewesen, der ständig nicht nur dem Sachverständigen, den er ja, wie gesagt, Herr Kollege gerne genannt hat, sondern auch der vorsitzenden Richterin, einer wirklich zurückgenommenen Person, ständig erklärt, was sie alles nicht weiß. Also der hat Literaturtipps, Literatur auch in Anführungsstrichen gegeben und hat immer versucht, Einfluss zu nehmen auf alle und jeden. Ein völlig selbstgefälliger, unangenehmer Mensch, bei dem man nicht... Wie stellen sich solche Leute das vor? Die wissen ja, die sind da vor Gericht und Richter, die leben ja damit, dass sie genau das nicht mit sich machen lassen. Also der hat wahrscheinlich gedacht, dass er das, was er im Privatleben vielleicht gemacht hat, dort auch wieder machen kann. Das ist ja dann auch eine Störung, oder nicht? Also wenn ich so eine Hybris habe, dass ich denke, ich komme mir vor Gericht, ich gebe dem Richter immer ein paar Buchtipps, dann kann der ja komplett nicht ganz dicht sein, unabhängig von dem, was er eh schon gemacht hat. Also der Typ muss ja völlig fertig mit der Welt sein, wenn er wirklich denkt, dass er nicht mal den Anstand, den Anstand will ich es nicht mal nennen, aber dass er nicht mal die Bemühungen hat zu sagen, ich tue wenigstens... Den Respekt. Genau, den Respekt vor dem Opfer und vor den Opfern in dem Sinne auch. Aber der hat ja keine Opfer. Wo hat der Opfer? Für mich ist der Typ, der zu ihm gegangen ist, sein Opfer. Na, alle sind Opfer. Ja. Jedes einzelne Kind auf jedem Einzelnen dieser mehr als 50.000 kinderpornografischen Bilder ist ein Opfer. Ja eben. Jedes einzelne Kind. Hinter jedem Kindes... Das hat er auch nicht so gesehen. Hinter jedem Kindes... Nein. Also er hat zugegeben, dass er diese Bilder hat. Aber er hat es ihm nicht leid getan. Der hat halt so perfide Sachen gesagt. Der hat zum Beispiel gesagt, ja Moment mal, ich habe das aus wissenschaftlichen Gründen gemacht. Und zwar habe ich geguckt, ob das nicht irgendwelche Fake-Bilder sind. Vielleicht ist das doch überhaupt kein Missbrauch. Und um das erkennen zu können, also von Forschung war die Rede, von Forschung. Das muss man sich mal überlegen in so einem Zusammenhang. Die gibt es, aber da brauche ich keine 50.000 Bilder und Videos. Und ja, oder jedenfalls mit der Polizei. Nee, hat er alles nicht gemacht. Er hat sich diese Bilder runtergezogen aus Forschungszwecken. Die Ergebnisse sind nicht veröffentlicht worden. Jedenfalls hat sie niemand gefunden. Also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie er wirkt. Also ich habe jetzt ein Bild von ihm im Kopf. Also ich stelle mir so einen schmierigen Typen vor. Den Verteidiger... Wenn ich den auf der Straße treffen würde, den würde ich nicht wahrnehmen. Das ist kein schmieriger Typ. Das ist so einer... Der Kollege Stefan Bär von der Frankfurter Rundschau hat gesagt... Grüße bitte. Gott, hoffentlich kriege ich das jetzt richtig zusammen. Klaus-Maria Brandauer, wenn er einen Bösen spielt. So muss man sich den vorstellen. Ich hätte eine andere Frage. Du hast das Opfer schon beschrieben als so ein kleines Würstchen. Wie wirkte der während dem Prozess? Also war der... Hat man das Gefühl gehabt, dass der einfach sich selber reinwaschen will, dass er sagt, hier, ich bin irgendwie... Oder war der wirklich ein Opfer? Nein. Naja, Opfer... Man muss ja sagen, der ist ja mitgefahren. Also Opfer ist da natürlich auch ein schwieriges Wort. Der hat Kinder missbraucht. Ja gut, aber das wird ja hier nicht verhandelt. Nein, dafür ist er schon verurteilt worden. Und der hat Scheiße... Ich meine gut, das Thema ist auch echt heikel. Aber der hat ja Scheiße gebaut, hat dafür eine Strafe gekriegt und hat jetzt gesagt, ich habe gar keinen Bock, dass ich so eine Scheiße nochmal mache. Das ist ja vom ersten Grundsatz her ein positiver Ansatz. Ja. Dass er sagt, okay... Weil ganz ehrlich, das ist, glaube ich, auch nichts, was man leicht zugehen kann. Ich meine, ganz ehrlich, reden wir über eine Gesellschaft, wo jeder sich nicht mal traut, wenn er eine Depression oder ein Burnout hat, das zu sagen, weil er Angst vor den Blicken der anderen Menschen hat. Wie muss das für solche Leute sein, dass die... Der hatte Depressionen. Der hatte Depressionen und der war wohl auch suizidal. Und hier unser Angeklagter hat gesagt, der ist zu mir gekommen, nicht weil er pädophil ist, der ist zu mir gekommen wegen dieser Folgen, weil wir hier in dieser Gesellschaft leben. Und diese Gesellschaft erlaubt diese Dinge nicht. Die erlaubt nur die Norm. Und ich habe dem geholfen. So hat hier der Angeklagte geredet. Und jetzt haben wir diesen verurteilten Kinderschänder, der sich bei dem Hilfe holt, damit es nicht mehr wieder passiert. Tatsächlich aber mit dem, der nach Thailand fährt. Und ich habe schon den Eindruck, ich hatte schon, das ist mein persönlicher Eindruck, der muss nicht stimmen. Ich hatte schon den Eindruck, das ist ein Mensch, der will nicht mehr. Der will nicht mehr straffällig werden. Der weiß, ich habe hier eine sexuelle Präferenz, die dazu führt. Und das soll nicht mehr so sein. Und dann sitzt da dieser Angeklagte, der den pausenlos im Blick hat. Und ich sage es jetzt noch mal, dieses kleine Würstchen. Und dieser Angeklagte hat den permanent im Blick. Und das spürt er auch. Und der sitzt dann da und lehnt sich so väterlich vor auf seiner Anklagebank und guckt diesen Zeugen an. Vielleicht muss man dazu sagen, ein Zeuge sitzt in der Mitte eines Gerichtssaal. Das ist eine furchtbare Situation. Vorne erhöht sitzt das Gericht. Das heißt, fünf Menschen plus Protokollführerin gucken mich an. Auf der, aus Sicht des Zeugen, rechten Seite sitzt die Staatsanwaltschaft plus Sachverständiger. Auf der linken Seite sitzt der Angeklagte, der drei Verteidiger dabei hatte. Die waren zwar nicht immer da. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob sie an dem Tag da waren. Aber zwei waren auf jeden Fall da. Also da ist eine Macht, die mich da anguckt. Und ich sitze in der Mitte, so ganz alleine, hinter mir das Publikum. In dem Fall war viel Publikum da. Und ich rede. Und alle gucken in diesem Fall auf mich. Das ist ja schon normal. Eine unschöne Situation für viele Menschen. So, und dann sitzt der da. Und dann ist dieser Angeklagte, der lehnt sich so vor auf seiner Bank und verschränkt so die Arme und guckt den die ganze Zeit an. Und sagt dann, der hat so eine Nuschelstimme. Wie? Nee, 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 nee. Der hat so eine Nuschelstimme und hat mit dieser Nuschelstimme gesagt, sowieso, ich sag jetzt nicht den Namen, sowieso, ich bin dein Freund. Ich bin immer noch dein Freund. Und er nuschelt den so an. Und, ähm... Okay, ich kenn's aus. Ja, so war's aber auch. So, wie ist das jetzt für diesen Zeugen, der sowieso schon depressiv ist, der im Gefängnis hockt, der aus der Zelle vorgeführt wird, der da einen Sitzen hat. Warum ist, ganz kurz, bevor ich's vergesse, warum ist der im Gefängnis gewesen? Na, wegen seiner Taten. Auch wegen dieser, auch wegen dieser Thailand-Fahrt. Auch wegen, nee, nix untersuchungshaft, der ist schon verurteilt. Der ist in Monterbauer verurteilt worden. Für, aber dann, das war ein anderes Verfahren. Nee, das war auch dieses Verfahren. Und ich glaube, da spielten aber noch andere Fälle eine Rolle. In diesem Fall bin ich nicht so sattelfest, weil ich da nicht war. Ja, im Endeffekt kann man sich auch vielleicht vorstellen, dass, wenn er vorher schon mal was gemacht hat, vielleicht war der auch noch auf Bewährung, was weiß ich was, wenn er vorher schon irgendeinen Scheiß gebaut hat und da ist jetzt wieder diesen Kram drin, da ist er dann vorbelastet. Ich hab noch eine ganz andere Frage. Die geht ein bisschen an den Anfang zurück. Wie kam's denn überhaupt zur Anzeige, beziehungsweise wie wurde die Polizei aufmerksam? Also, wir haben ja davon gesprochen, die werden ja nicht in Thailand aufgegriffen worden sein. Nein, das ist ein Riesenproblem mit Thailand, weil man mit der Polizei nicht zusammenarbeiten kann. Ich fang mal vorne an. Bei der Generalstaatsverwaltschaft in Frankfurt gibt es eine Truppe, die nennt sich Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Schrecklicher Name sind aber richtig, richtig, richtig fitte Leute, die mal zu zweit angefangen haben, die sitzen in Gießen und mittlerweile aber größer geworden sind, sehr eng mit dem Bundeskriminalamt Zusammenarbeiten des Bundeskriminalamts, aber auch die Landeskriminalämter, also auch das hessische, die durchforsten regelmäßig das Internet auf der Suche nach sowas. Das Internet und das Darknet, also diesen versteckten Teil im Internet, suchen die durch nach gerade so Sachen wie Kinderpornografie. Das hat sich ja total verändert. Früher war das unter der Ladentheke und mit dem Internet und dem Darknet sind da natürlich unglaubliche Möglichkeiten geschaffen worden für Menschen, die sich dafür interessieren. Das heißt, da gibt es Tauschbörsen und Ähnliches. Und so sind die auch auf diesen Fall aufmerksam geworden über diesen in Anführungsstrichen Therapeuten und dann suchen die weiter und irgendwann kommen sie halt, dann geht es von den verdeckten Ermittlungen, von denen wir Menschen, normal Menschen nichts mitkriegen, in die offene, das ist der Moment, wo sie dann durchsuchen, dann kriegt es auch der Beschuldigte mit. Das heißt, die haben den auf dem Bild erkannt oder haben geguckt, wer das ist? Ja, die haben halt Bilder gefunden, die haben halt Bilder gefunden aus Thailand. Okay, und dann ist er drauf, aber dann wissen die ja noch nicht direkt, wer das ist. Nee, nee, die können dann zu, die haben Bilder gefunden, die der getauscht hat, kinderpornografische Bilder, da ist der gar nicht drauf, das ist ja das große Problem auch. Okay. Dass man kein Bild hat, wo man den mit drauf sieht, sonst hätte man das ja locker alles nachweisen können. War aber leider nicht so, sondern es sind einfach jede Menge kinderpornografischer Bilder bei dem gefunden worden und dann sucht man eben weiter. Und irgendwann geht man her und dann beschlagnahmt man halt alles, was man da so finden kann, also Festplatten, Computer und sowas. Gut, das heißt, die sind jetzt so auf den Aufmerksam geworden, kann man sich verstehen, IP-Adresse, die ist das, was man alles so sich vorstellt. Ja. Wie haben die denn, wie ist es denn weiter? Weil das ist ja dann erstmal ein Fall von, da hat einer pornografisches Kinder, also Material getauscht irgendwie und dann lädt sie es automatisch hoch und wieder runter, was weiß ich was. Aber dieser Fall, dass er dann auch seine Stellung als Therapeut, in Anführungszeichen ausgenutzt hat, wie kam das ans Tageslicht? Hat der Typ, der das Opfer in Anführungszeichen das gemeldet oder kam das im Zuge der Ermittlungen einfach raus? Das kam im Zuge der Ermittlungen einfach raus und vielleicht nochmal, wenn man solche kinderpornografischen Bilder sieht, dann muss die Polizei, meistens ist es das Bundeskriminalamt, jedes einzelne Bild angucken. Jedes einzelne, und zwar jedes einzelne, nicht nur kinderpornografische Bild, sondern auch Foto, was auf diesem Computer ist, damit nicht hinterher jemand hergehen kann und sagen kann, ey, warum habt ihr nicht richtig geguckt? Ihr habt das völlig übersehen. Jetzt haben wir hier mehr als 50.000, es gibt aber auch andere Fälle, da sind es deutlich weniger. Und es muss genau geguckt werden, was ist da gemacht worden und was kann ich zuordnen. Und das ist schwierig, weil ich muss das Ding ja gerichtsfest machen. Sonst kann ich jemanden nicht verurteilen. Ich kann nicht sagen, ja, der hat das da, ich vermute mal, das ist von ihm. Das reicht halt alles nicht. Um das für mich noch mal klar zu kriegen, der Typ ist jetzt in erster Linie wegen dem Besitz und der Verbreitung von kinderpornografischem Material angeklagt worden oder weil der den anderen Typ mit nach Thailand geschleppt hat? Alles. Alles? Alles. Er ist angeklagt worden wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie. Also das sind ja nicht nur Bilder, das sind ja auch Videos. Der ist angeklagt worden wegen Beihilfe zum Schweren. Angeklagt, nicht verurteilt. Zum Schweren, also der Vorwurf Staatsanwaltschaft, nicht was hinterher rauskommt. Beihilfe zum schweren sexuellen Kindesmissbrauch, versuchter sexueller Kindesmissbrauch und so weiter. Und das Problem, das große, große Problem ist, und das ist so häufig in diesen Fällen, das ist eben diese Missbrauchsfälle, die sind passiert in Thailand und in Thailand können die deutschen Ermittler, haben die wenig Erfolg. In Thailand ist die Polizei korrupt. In Thailand leben die Familien, deren Kinder da in den Touristenzentren sich prostituieren. Auf dem Land, da fährt überhaupt keine Post hin. Ich kann da gar nichts hinschicken. Ladung, ich will dich mal vernehmen oder irgend sowas. Die Polizei hilft da nichts. Gerade die Leute hier von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, die haben sich viel bemüht, dass sie diese Fälle aufklären können. Die haben denen Autos zur Verfügung gestellt. Die haben die mit Laptops ausgestattet. Das hat alles überhaupt nichts geholfen. Und, dann höre ich auf zu reden, du holst Luft, das Rechtssystem, die Rechtssysteme sind auch nicht kompatibel. Das heißt, diese beschuldigten Vernehmungen dort werden nicht so geführt wie bei uns. Und damit ist das vor deutschen Gerichten nicht verwertbar. Das ist echt ein Problem. Ja krass. Das heißt, wenn er das in Thailand gemacht hat, dann kann man dem hier gar nicht haphaft werden. Aber der ist ja trotzdem angeklagt worden. Dann muss es ja trotzdem irgendwie wie ein Zusammenhang. Muss ja hergestellt werden, sonst würde er hier nicht sitzen. Doch, man kann ihm hier schon haphaft werden. Aber man kann eben nicht die thailändische Polizei einspannen. Und das führt dazu, dass wir, also wir, das deutsche Rechtssystem, hat die Opfer nicht. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, es gibt nur Bilder. In dem Fall gab es ja diese Videos. Die Anklage hat ihm ja vorgeworfen, du bist mit diesem einen Menschen eben nach Thailand gefahren. Ihr habt da Kinder missbraucht. Ihr habt das gefilmt und du hast auch noch die Anleitung dazu gegeben. Also sozusagen die Regieanweisungen, was der mit den Kindern da machen soll. Das ist ja auch so ein widerliches Detail in diesem Fall. Und das Problem ist, dass die Opfer dadurch nicht identifiziert werden können. Die können nicht befragt werden. Man kann nicht die Kinder, man macht die Kinder nicht ausfindig und kann nie vernehmen. das wäre halt gut, um den Nachweis hier in Deutschland zu führen. Es gibt also nur die Bilder und das war die große, große Krux in diesem Verfahren. Es hat nur die Bilder gegeben. Ich habe noch eine theoretische Frage dazu. Wenn es um sowas geht, geht es dann da um den Ort, an dem ich es mache oder um meine Staatsbürgerschaft? Das heißt, sagen wir mal, alle Bedingungen, die du eben gesagt hast, wären erfüllt gewesen und wir hätten die Opfer aus Thailand. Könnte man den trotzdem hier anklagen? Oder müsste das in Thailand passieren? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wir in Deutschland, nein, in Deutschland dürfen auch Taten, die im Ausland passiert sind, verurteilt werden. Es bezieht sich nicht nur auf Deutschland und in dem Fall sowieso, weil wir ja hier einen deutschen Angeklagten haben. Okay, das ist dann das Entscheidende. Ja, die Länder behalten sich meistens vor, dass sie selber ihre Staatsangehörigen bestrafen wollen, nämlich nach unserem Rechtssystem. Ja, also die große Krux, das wirklich Schreckliche in diesem ganzen Verfahren waren die Bilder, die dann letztlich dazu geführt haben, dass diese fast, fast komplette Anklage in sich zusammengebrochen ist. Was natürlich fatal ist, wenn man es mit einem Angeklagten zu tun hat, der ganz offensichtlich überhaupt nicht einsichtig ist, wo man nicht das Gefühl hat. Das ist auch schwer auszuhalten, oder? Furchtbar. Ist das nicht auch, guck mal, du sitzt da, dann gibt es ja Zuschauer, dann gibt es Staatsanwälte, dann gibt es auch Richter, dass die dann alle da sitzen und die verzweifeln dann und sagen, wir haben jetzt hier kein Instrumentarium, wo wir dem irgendwie eine Strafe zukommen lassen können. Die Zuschauer haben sich, glaube ich, gefreut, weil in der Hauptsache saßen da, ich will mal sagen, merkwürdige Zuschauer von merkwürdigen Organisationen, die merkwürdige Ansichten haben, was man so mit Kindern machen darf. So nach dem Motto, wenn man ihnen keine Gewalt antut, die meinen körperliche Gewalt, ich würde immer sagen, und da halte ich es mit der Staatsanwaltschaft, jeder Missbrauch oder jede sexuelle Handlung mit einem Kind ist ein Missbrauch und das ist eine Gewaltanwendung. Wie setzt sich, A, erst mal noch eine ganz technische Frage, wie alt müssen Kinder eigentlich sein? Bis 14. 14 Jahre, okay. Und wie setzt sich die Strafe zusammen? Ist es dann, wie du es gesagt hast, setzt sich das dann aus diesem sexuellen Übergriff, aus Gewalt oder aus Ausnutzung, weil die kleiner sind? Alles. Alles. Es ist ein Mix aus dem Ganzen. Das fließt alles da rein. Das fließt alles da rein. Natürlich Kinder, die sind immer, die sind doch schutzlos. Weil die schutzlos sind, genau. Das heißt, du hast dann quasi eine Situation, wo du als Erwachsener irgendwie Gewalt auf welche Weise auch immer ausübst. Meine Frage ist auch die, weil das wundert mich manchmal ein bisschen, weil ich finde manchmal, und wir haben es, glaube ich, im Vorgespräch auch, haben wir darüber gesprochen, dass wir beide die Strafe manchmal ein bisschen niedrig finden. Weil ich, wird dann aber nicht in diesen Urteilen bedacht, dass das ja nicht nur die Tat an sich ist. Wenn wir jetzt eine Gewalttat zum Beispiel haben, wir haben es ja, keine Ahnung, Schlägerei und der eine ist verletzt, bla, bla, bla. Aber hier geht es ja auch in die Psyche. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ein Kind missbraucht wird, dann ist das ja nicht nur an dem Tag irgendwie geschädigt oder noch zwei Jahre danach, sondern eigentlich manchmal sogar fürs ganze Leben. Die brauchen dann wahrscheinlich Therapien, die werden nie wieder eine normale Sexualität aufbringen. Ja, das sind diese Kinder. Wird das beachtet, in den Urteilen? Ja, also es wird nicht nur in den Urteilen beachtet. Das wird auch, ich finde, da hat sich unglaublich viel, wie ich finde, zum Positiven verändert. Also ich erinnere mich an meine Anfangszeit als Gerichtsreporterin. Da sind sämtliche Sexualstraftaten relativ milde, aus meiner Sicht milde, bestraft worden. Wie wurde das begründet? Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Frage. Das hat sich verändert. Das hat sich verändert in der Wahrnehmung, weil man das Gefühl hat, die Leute draußen finden es schlimmer. Ja, offensichtlich auch die, auch die, die, ich weiß nicht, ob das Wahrnehmung ist, von Juristen, die haben ja immer, die haben ja immer einen Spielraum, deswegen gibt es ja Strafrahmen. Ich muss ja unterscheiden können. ich muss ja noch Luft nach oben haben, wenn es immer noch schlimmere Taten gibt. Das muss ich ja irgendwie auch in der Gesellschaft zeigen und das muss ja irgendwie widerspiegeln. Das eine ist eher auf einem niedrigeren Niveau und das andere eher auf einem höheren. Deswegen habe ich diese Strafrahmen und deswegen werden die auch ausgenutzt und nicht so häufig ganz nach oben, damit ich einfach noch drauflegen kann, wenn es noch, wenn es noch schlimmer ist. Warte, 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 warte. Sorry. Warte. Strafrahmen ist das Problem. Du hast es eben, du hast es eben angedeutet, bei Kinderpornografie geht der nur bis zwei Jahre. Das ist niedrig. Richtig niedrig. Für wen? Für wen? Der es herstellt oder der es anschaut? Sowohl als auch. Also es geht um zwei Jahre. Ja, ja. Das ist total niedrig. Das ist total niedrig, wenn man weiß, und ich sage es noch mal, hinter jedem Foto steckt der Missbrauch eines Kindes. Und das trägt das ja auch mit sich. Ja, und das war aber auch das Problem in diesem Fall. Das sind nämlich die Fälle, die am Schluss in der Hauptsache übrig geblieben sind. Die Kinderpornobilder, die Kinderpornovideos, die der hatte, was er zugegeben hat, was nachweisbar war, weil sie sind ja beschlagnahmt worden. Und das Problem war, dass eben diese Missbrauchsfälle von 15 Missbrauchsfällen, die angeklagt waren, sind nur noch zwei übrig geblieben. Und die sind, in einem Fall war es da, auch nur der Versuch, der nachweisbar war. Okay, am Anfang hieß es, 115 Fälle ist angeklagt. Und nur zwei sind übrig geblieben. Nein, nee, von den 115 Fällen ist vieles andere auch drin, auch Kinderpornografie. und insgesamt waren zwölf Fälle angeklagt. Das ist die genaue Zahl. Zwölf, muss man auf meinen Zettel gucken. Zwölf Fälle waren angeklagt. Hier von den Missbrauchstaten, zehn sind eingestellt worden und nur zwei sind verurteilt worden. Und sie sind deshalb eingestellt worden, weil man die Kinder nicht hatte. Und man wusste nicht genau, wie alt die sind. Man hat sich die Fotos genommen und hat die Bilder angeguckt. Und das Problem ist, es sind asiatische Kinder. Die sehen für uns jünger aus, habe ich gelernt in diesem Prozess, die sehen für unsere Augen jünger aus, als sie dann vielleicht sind. Und dann nimmt man sich ein, ja? Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben, du hast tatsächlich uns auch einen O-Ton besorgt von einem Anwalt, der genau zu diesen Faktstellungen bezieht. Es ist kein tatsächliches Delikt nachgewiesen worden. Wir haben nur Versuch. Was zum Beispiel verurteilt wurde, ein Versuch bei einem Videochat jemand zu was gebracht zu haben. Und dass dort irgendwelche Sexuelle, diesen Videochat gibt es nicht. Das Gericht hat keinen. Es gibt nur zwei E-Mails, in denen drinsteht, was denn zu tun wäre. Und wir wissen nicht, wer war tatsächlich in diesem Videochat. Das wissen wir nicht. Das können wir nicht sagen. Ob dann ein Kind auch wirklich vor der Kamera ist oder ob das ein jung aussehender 17-Jähriger ist, das weiß man alles nicht. Es gibt kein, das sind nur E-Mails. Das ist schwer verdaulich, wenn er das sagt, weil du merkst sein, ich finde, man merkt, wie er selber mit sich hadert, weil er weiß, okay, was ich jetzt sage, ist schwer verdaulich. Finde ich schon, dass man das merkt. Da schlagen auch so zwei Herzen in meiner Brust. Ja, interessant, wie du das hörst. Ich höre es ganz anders. Andererseits, ich finde, ich finde, ich finde, von ihm, habe ich auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet, weil gerade das Rechtssystem, und ich finde, das macht es auch wichtig und das wäre mir auch wichtig, auch wenn ich Scheiße gebaut hätte, jetzt nicht so was weit davon entfernt, aber dass der mich verteidigt und das macht er ja. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, weil du bist ja als Verteidiger trotzdem verpflichtet, alles Mögliche zu tun. Ist das eigentlich so? Oder kann der auch sagen, ich werde jetzt dich natürlich verteidigen, aber nicht so, dass ich alle Winkel ausnutzen werde? Ja, natürlich darf der das machen, der muss den nicht mal verteidigen. Irgendjemand muss ihn noch verteidigen, oder? Hast du nicht das Recht auf einen Verteidiger? Ja, da findet sich schon jemand, das gibt ja genügend. Nein, aber in diesem Fall, dieser Verteidiger war, wenn ich das richtig gesehen habe, war das ein Wahlverteidiger und kein Pflichtverteidiger. Also nicht das Gericht hat gesagt, du musst den verteidigen, sondern der hat sich den selbst ausgesucht. Der ist nämlich auch später erst in dieses Verfahren reingekommen, weil die sich wohl offensichtlich auch persönlich kennen. Jedenfalls hat es ganz stark in diesem Prozess diesen Eindruck gemacht. Und ja, Verteidiger sind sozusagen, stehen natürlich auf der Seite des Angeklagten. In diesem Fall fand ich es auffällig, wirklich auffällig, in welcher Form, der sich echauffiert hat, aufgeregt hat, fand, dass da alles schiefläuft, extrem aufbrausend war, immer wieder dazwischengegangen ist. Das kann ja auch Teil einer Taktik sein, oder? Ja, kann Teil einer Taktik sein. Ich fand die Taktik nicht so besonders klug. Ich finde auch nicht, dass sie aufgegangen ist. Am Ende hat es vier Jahre gegeben. Das ist weit weniger, als die Staatsanwälte wollten. Den wäre es sehr, sehr, ja, die wollten viel mehr. Ursprünglich mal, da werden keine Strafen genannt, aber es stand viel mehr im Raum. Okay, aber den ist dann viel weggebrochen. Warte mal, man konnte sogar, richtig, ich komme gleich nochmal dazu, man konnte sogar auf die Idee kommen, dass hier Sicherungsverwahrung im Raum steht, nämlich die Idee, dieser Mensch, dieser Angeklagte, ist einfach, ja, wie will ich sagen, ist nicht mehr zu retten, da ist nichts mehr zu machen. Da muss eine Gesellschaft vor diesen Menschen geschützt werden. Davon war am Schluss überhaupt keine Rede mehr. und jetzt beantworte ich die Frage, weil nämlich diese Anklage deshalb zusammengebrochen ist, weil es ein Gutachten gegeben hat und dieser Gutachter, das war ein Altersgut, der hat das Alter der Kinder eingeschätzt und der hat ein vorläufiges Gutachten schon im Ermittlungsverfahren gemacht. Da hat er gesagt, ja, die sind so, so schätzungsweise zwölf plus minus anderthalb Jahre. Das würde bedeuten, dreizehneinhalb Jahre, also noch unter 14 Kinder demnach. In dem Prozess hat er das verändert. In dem Prozess hat er dann, und das ist das Entscheidende, das Gutachten, was er im Prozess, deswegen sitzen die im Prozess mit drin und gucken sich das nochmal an und erstatten dort ihre Gutachten. Und in Deutschland gilt für eine Verurteilung nur das, was in einer mündlichen Hauptverhandlung, also im Prozess, im Gerichtssaal erörtert worden ist, nicht das, was außerhalb passiert. Du musst alles einführen. und in diesem Prozess hat er das total relativiert mit dem Alter, hat gesagt, die sind, da gibt es eine Abweichung von anderthalb Jahren mal drei. Das ist alles möglich. Das hätte in diesem Fall bedeutet, die Opfer wären zwischen sechs und sechzehn Jahre alt gewesen. Und da sie sechzehn Jahre alt gewesen wären. zu sagen, ob jemand sechs oder sechzehn ist, gibt es da keine. Du hast nur Bilder. Du hast ja nur Bilder. Du hast die Kinder nicht vor dir. Du kannst da nichts machen. Wie hat sich das verändert? Hat sich das bei ihm verändert, weil er dann mehr ins Detail gegangen ist? Wenn du sagst, er hat ein vorläufiges Gutachten gemacht. Ich kann das nicht beantworten. Ich glaube, es kann auch keiner beantworten, außer er selber, warum er das geändert hat. Diese Anklage, eine Anklage. Kann man dann, ganz kurze andere Frage, kann ich dann als Staatsanwalt noch einen anderen Gutachter dazu holen? Ja, ich kann es beantragen, aber es hilft ja nichts. Das Gutachten ist ja da. Ja gut, aber dann habe ich noch ein anderes. Wie willst du das denn entkräften? So viele Altersgutachter, so viele Altersgutachter, ich weiß nicht, du hast gesagt, es handelt sich um asiatische Jungen. Vielleicht kann ich dann wirklich jemanden aus Thailand holen, der das viel besser beurteilen kann. Also, ich gehe mal davon aus, dass die wirklich, wirklich sehr, sehr engagierten Staatsanwälte das getan hätten, wenn es möglich gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie viele Gutachter es da gibt und ich kann das natürlich auch nicht unendlich ausreizen. Ich kann nicht so viele Gutachter in einem Prozess nehmen, bis es mir passt. Ja klar. Ich muss damit leben, dass es so ist. Die Folge ist aber natürlich eine Katastrophe. Die Folge ist, diese Fälle werden nicht mehr angeklagt. Komplett gar nicht. Nee, wie denn? Ich kann sie ja nicht nachweisen. Das heißt, das ist dann eigentlich, es ist ja nur ein Gefühl, was ich habe. wenn ich ein Porno-Video mit einem 18-Jährigen drehen würde. Also, das kann ich machen, wenn ich das will, oder was? Also, weil das wurde ja, die Videos sind auch da gewesen, habe ich so verstanden. Die wurden ja gefunden, oder nicht? Ja, aber wenn ich ja nicht sagen kann, wie alt die Kinder sind. das meine ich. Also, das ist quasi, das fällt komplett weg. Ja, und auch langfristig, das macht ja keine. Auch die Tatsache, dass er mit einem, der sich zu ihm gewandt hat, weil er irgendwie Angst hat, dass er... Das ist verurteilt worden. Und das ist Gott sei Dank, muss man ja wirklich sagen dann, das ist höher verurteilt worden, als es angeklagt war. Das war als Beihilfe angeklagt, also... Okay, das ist die Beihilfe. Ich habe jemandem geholfen dabei, aber es ist verurteilt worden, als Anstiftung. Und Anstiftung heißt, ich habe den überhaupt erst auf die Idee gebracht. Genau, hat er ja auch. Genau. Und das ist wirklich Gott sei Dank, jetzt mal jedenfalls aus Sicht der Staatsanwaltschaft, ehrlich gesagt auch aus meiner Sicht, ist das dadurch höher bestraft worden. Und war das dann vielleicht auch so eine Konzessionsentscheidung? Also im Fußball redet man von Konzessionsentscheidung, wenn ich den einen Elfmeter nicht gegeben habe, dann fällt der Zweite leichter zu sagen, okay... Ah, das dürfen Richter nicht. Nee, nee. Machen die das aber auch nicht. Ja, natürlich dürfen die das nicht. Das darf ein Schiedrichter auch nicht. Aber findet das teilweise statt, das wäre auch menschlich zu denken, wenn da ein Richter sitzt, der denkt, Alter, sagen wir mal, der Richter sitzt da, der sieht das. Und dann denkt der, der Junge ist acht Jahre alt oder sonst irgendwas. Das kann man ja trotzdem, hat man ja ein subjektives Bewusstsein. Und wenn er dann im Hinterkopf hat, ey, ich darf den nicht dafür bestrafen, das macht ihn vielleicht selber auch wahnsinnig, egal wie sehr er seine Emotionen probiert, rauszurechnen, dass er dann probiert, an anderer Stelle wenigstens das Maximum rauszuholen. Also das kann sein. Das Maximum ist nicht ganz rausgeholt worden. Es gibt immer so Einzelstrafen, die am Ende dann summiert werden zu einer Gesamtfreiheitsstrafe, wenn ich mehrere angeklagte Fälle habe. Und wenn ich mir das angucke, dann war Kinderpornografie, Strafrahmen bis zwei Jahre. Und da ging es, glaube ich, bis eineinhalb Jahre. Also da hätten sie ja, wenn sie sich von solchen Emotionen hätten leiten lassen, auch an die Höchstgrenze gehen können. Ich weiß nicht, ich möchte es nicht unterstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein ungutes Gefühl ist. Aber es spricht natürlich schon auch für diesen Rechtsstaat, dass man sich da nicht von Gefühlen leiten lässt. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch, die Feststellung ist nicht leicht auszuhalten, glaube ich, auch für mich nicht. Aber eigentlich ist es ja gut zu sagen, ich kann nur was verurteilen, was ich dir zu 100 Prozent nachweisen kann. Weil es kann ja mit Sicherheit auch Fälle geben, wo man eben nichts gemacht hat. Und dann, wo aber einer denkt, ich hätte das gemacht und kann mir das dann auf halbseitende Weise nachweisen. Das ist, ich finde das fast, das Verhältnis, was man zu Zips haben sollte, eigentlich gut zusammen. Dass man nicht an die Justiz den Anspruch hat, zu sagen, du kannst das für mich alles lösen. Aber du probierst es auf bestmögliche Weise. Und wenn wir jetzt sagen, wir können den nicht verurteilen, wie stehst du dazu? Man muss das ja aushalten. Ja, man muss das aushalten. Also, als ich mich auf diesen Fall jetzt noch mal vorbereitet habe und mir noch mal Gedanken gemacht habe und gemerkt habe, dass ich mich da mehr empöre, als ich das bei anderen Fällen tue. Und auch dieses Gefühl habe, ey, sperrt den Typ weg. Der ist richtig gefährlich. Ja, bin ich an eine Stelle gekommen, wo ich gedacht habe, nee, stopp. Das ist nicht in Ordnung. Nur aus einem Gefühl heraus geht es halt auch nicht bei dem. Und wenn ich den noch so unsympathisch finde, ich habe nur keine Lösung dafür. Muss man ja auch nicht. Doch, weil man natürlich eine Gesellschaft vor so einem Menschen schützen muss. Ja, dann, ja gut, aber dann hat man in dem Fall vielleicht als Gesellschaft Pech gehabt, weil man es ihm halt wirklich nicht nachweisen kann. Ja, und jetzt kommt natürlich noch was. Das willst du aber machen. Also, mir fällt kein ein. Nein, ich auch nicht. Und es kommt natürlich noch was dazu. Der Mann ist seit 2013, ist nichts mehr passiert. Jedenfalls nicht nachweisbar. Es ist nichts mehr bei dem gefunden worden. Was? Darf der noch arbeiten? Ja. Weil, der hat einen festen Wohnsitz und wenn seit 2013 nichts mehr passiert ist. Nee, nee, aber der kann doch, die können den noch nicht da rauslassen. Und die wissen ja was, die wissen, gut, die können jetzt nicht sagen, dass das irgendwie, aber diese Beihilfe ist auch angeklagt worden. Dann kann ich doch nicht meine Anzeige, ich weiß ja gar nicht, wie der das Publik macht, aber der kann doch nicht sagen, ja, ich kann euch bedrofieren. Das muss doch der Therapeutenverband machen. Ja, wenn der, wenn das, wenn es viele Fälle gewesen wären, wenn die angedauert hätten und nicht 2013 geendet hätten. Das heißt, der hat quasi eine zweite Chance in Anführungszeichen. Ja, der hat sich bewährt, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt hat er sich bewährt. Der hat offensichtlich nichts mehr gemacht. Beziehungsweise hat er sich nicht mehr wischen lassen. Das ist schlauer geworden wahrscheinlich. Das weiß ich nicht, ob der schlauer geworden ist. Ich finde das sehr, sehr schwierig auszuhalten, weil Pädophilie an sich ist ja auch so ein Thema. Dieser ganze Populismus, der um dieses Thema herum herrscht, der sorgt ja auch dafür, dass Leute, die vielleicht wirklich gar nichts machen wollen, aber trotzdem diese Neigung haben, sich gar nicht trauen, irgendwie sich zu öffnen. Das ist ja ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich habe es ja vorhin mit den Depressionen verglichen. Und bei Depressionen ist es ja schon so, dass keiner sich traut in der Leistungsgesellschaft und ich habe Burnout. Weil man keinen Bock auf diese Blicke hat. Und das kann ich komplett nachvollziehen. Aber wie muss es denn solchen Leuten gehen? Die haben erst recht keinen Bock auf diese Blicke, weil die sind ja noch viel, viel schlimmer. Die haben nicht nur keinen Bock drauf. Es gibt ja kaum Hilfsangebote für die. Es gibt ein Projekt, das heißt Kein Täter werden. Das ist von der Charité in Berlin. Ich habe mal so Plakate gesehen vor ein paar Jahren. Da stand immer drauf und das fand ich, eigentlich war es gut, weil es Aufmerksamkeit erzeugt hat. Da stand drauf, Hashtag, ich mag Kinder mehr, als mir lieb ist. Da hingen in der Stadt überall Plakate. Das ist ein paar Jahre her. Das war schon so eine Offensive. Gibt es sowas nicht mehr, weil das ist auch komplett runtergegangen. Ja, aber was helfen diese Plakate, wenn ich keine Hilfsstellen habe, an die ich mich wenden kann? Und die fehlen. Ich habe gedacht, dass die Plakate sind. Es gibt diesen Verein Kein Täter werden. Die machen, glaube ich, richtig gute Arbeit. Die sind angesiedelt an der Charité. In Hessen sitzen sie in Gießen. Da kann man sich hinwenden. Aber es gibt einfach, und es hat übrigens dieser Zeuge, und dieser Kinderschänder auch gesagt, der hat auch gesagt, dass er sich da an die gewandt hat. Und die hatten keine Zeit für ihn. Das ist ein echtes Problem. Es gibt zu wenig Therapeuten. Keiner will mit diesem Klientel was zu tun haben. Und wenn ich mit denen was zu tun habe, dann laufe ich immer Gefahr, dass ich in Kontakt komme mit der Justiz, weil die eben oft was machen. Und schwupps bin ich Zeuge vor Gericht und das will ich nicht sein. Und du bist derjenige, der das falsch eingeschätzt hat. Das ist ein riesengroßes Problem. Das ist echt. Dass es viel zu wenig Hilfsangebote für diese Menschen gibt. Das ist so ein heikles Thema. Und man merkt ja aber auch, dass, glaube ich, nicht nur wir beide keine Lösung haben, sondern die Gesellschaft auch nicht. Weil ansonsten würde es ja ein bisschen bessere Lösungen geben. Ja, dieses Gericht, fand ich, hat das schon ganz gut gelöst. Also das war eine klare Strafe. Vier Jahre ist relativ viel. So, fassen wir es mal zusammen. Für was denn jetzt genau eigentlich? Also vier Jahre gab es. Anstiftung zum schweren sexuellen Kindesmissbrauch. Das, weil er dem Typ gesagt hat, hier, fahr mit mir nach Thailand. Genau. Okay. Ja, weil er dem Typ gesagt hat, komm, reg dich nicht hier auf, fahr doch lieber nach Thailand. Also ist ja nicht nur, wir machen mal eine Urlaubsreise zusammen, sondern der hat den ja überhaupt erst auf die Idee gebracht. Ja, hier hast du ein Problem damit, aber in Thailand, da hast du es nicht. Dann haben wir den versuchten sexuellen Missbrauch von Kindern. Da geht es um so eine Videobestellung auf den Philippinen. Da hat er auch so schrecklich, mit so genauen, ganz detaillierten Angaben, ab Minute sowieso macht ihr Kinder Düssendes. Ich sage das nie, weil ich niemanden auch nur irgendwie ... Willst du auch nicht wissen. Nee, ich auch nicht. Und Kinderpornografie, also Verbreitung von Kinderpornografie. Diese drei Sachen sind verurteilt worden. Und dafür gab es insgesamt vier Jahre. Ja, vier Jahre, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil er natürlich sofort in die Revision gegangen ist. Ja, gut, so schätze ich ihn auch ein. Also er hat es wahrscheinlich auch nicht mal eingesehen. Nee. Das finde ich krass. Nein, er fühlt sich missverstanden. Und spielt das eigentlich auch eine Rolle, wie es jetzt weitergeht? Wenn du jetzt quasi, du bist ein Richter, verurteilst einen zu vier Jahren, hast du das Gefühl, das bockt den gar nicht, beziehungsweise er sieht das überhaupt gar nicht ein. Kann dann da noch irgendwie was danach folgen, zu sagen, okay, oder ist das völlig egal? Nein, jetzt müssen wir ... Nee, nee, nee. Deshalb nicht, weil vier Jahre sind Gefängnis. Nur bis zwei Jahre kann man zur Bewährung aussetzen. Alles über zwei Jahre ist Gefängnis. Und wir haben ja schon mit gutem Grund den Resozialisierungsgedanken. Das heißt, wir haben ja schon die Idee, wir wollen aus den Menschen bessere Menschen machen. Menschen, die irgendwie straffällig geworden sind, sollen es hinterher nicht mehr werden. Was ja im Sinne einer Gesellschaft ist. Man lässt sie raus und dann sollen sie eben möglichst nichts mehr anstellen. Dafür müssen wir aber wissen, ob das überhaupt funktioniert. Deswegen kann man noch nichts jetzt sagen, was der für eine Prognose hat. Vielleicht ist es ja so, selbst bei so einem Menschen, der geht ins Gefängnis, da gibt es ja Hilfsangebote, viele, nimmt sie an und geht als geläuterter Mensch raus. So was gibt es ja. Es kann ich mir bei dem schwer vorstellen. Wünschenswert ist es immer. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Schlau genug ist, das zu vorzutäuschen. Ja, aber so doof sind die auch nicht. Das hat mich jetzt echt mitgenommen. Ich habe am meisten dieses Bild im Kopf, als er sagt, ich bin weiterhin der Freund. Also das macht mich echt fertig, die Situation von dem Zeugen, der dann da sitzt. Hast du noch irgendwas, was du anmerken willst? Weil ich glaube, ich bin bedient langsam von diesem Fall. Weil das ist echt heftig. Nein, habe ich nicht.